Ich bin euer Floschi natürlich und präsentiere euch Elementary von Slender Finde 8 Teddybären Jo, nichts leichter wie das denke ich mir mal Wir haben in den letzten Slender Teilen gesehen wie ich mich erschrocken habe Das war schon ein bisschen Hardcore Okay, ein Arm, okay Ja, ich habe einen Teddybär gefunden Irgendwie machen wir das Ding auch so ein bisschen Angst Ich sehe gerade bei der Taschenlampe habe ich nicht gerade so einen großen Durchblick Wie in den Wow Alter Das war nicht nett Ich mach mir noch in die Hosen Nein, also ganz ehrlich Ich dachte immer, Slender wäre hammer langweilig Weil ich nur so 8 Pages gespielt habe Und das war echt immer hammer lahm Und ich habe mir immer so Let's Plays angeguckt Die fand ich nicht so toll Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen Wo ich das selber spiele Ähm, ja Ist das doch so ein bisschen Ja, ich weiß nicht wie ich das sagen soll Ich Ja Ja, ne ist klar Help Ja, ich helfe gerne Irgendwas hängt da hinten Ich glaube da hängt noch ein Teddybär Juhu, wir haben nochmal zwei Aber ganz ehrlich Ich will nach Hause zu meiner Mami Das wäre hammerwies Wenn ich mich umdrehen müsste Oder umgedreht hätte Und er denn genau da stehen würde Ich dachte immer das Ich dachte immer das Spiel macht nur im Dunkeln Angst Oder halt Wow Wow, 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 wow Wow, alter steht das mal hinter mir Oh, alter Verwalter So, wir haben unseren dritten Teddy gefunden Und nen Kopf Slenderman findet dich Na, alles Fick dich, fick dich, Junge Ganz ehrlich, fick dich I will find you Ist ja auch in Ordnung Ist ja auch in Ordnung Okay, hier war ich schon Und noch ein Teddy Was passiert eigentlich wenn man alles findet? Jungs, die Musik macht mir Angst Jungs, die Musik macht mir Angst Wow, 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 wow Lauf, lauf Lauf, bitch Wow Kranke Scheiße aber auch Slender Wow Ja, ich kann nicht gewinnen Tut mir leid Fick dich Jo, ihr habt in diesem Spiel gesehen Es war nicht so schockerhaft, sag ich mal Man hat ihn von Weitem schon vorher gesehen Also so richtig der Schockeffekt war in diesem Game nicht da Ähm Ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Spezial wieder Wenn es heißt Weihnachten Slenderman Ich komme Bye Bye Tschüss An 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 Vielen Dank.